Vor etwa zehn Jahren saß ich auch hier auf dem Stuhl und habe über Jenny Elvers berichtet. Wie geil! Sie saß auf dem roten Sofa beim NDR und war sturzbetrunken bei Bettina Tietjen in der Sendung. Das, genau, rote Sofa, irgendwie so heißt die Sendung auf dem NDR, im NDR und war mega betrunken, hat nur gelallt, hat gelächelt, gelacht, ein Glas umgeworfen, hat nichts verstanden, hat irgendwas gelabert, wie man halt so betrunken ist. Mein Video dazu hatte über 1,5 Millionen Klicks, weil, ja, das war ein glücklicher Zufall. Es war überall in den Medien und jetzt, nach zehn Jahren, ist es wieder soweit. Jenny Elvers, und leider muss ich sagen, hatte einen Alkoholrückfall, wurde mit fast zwei Promille im Auto erwischt und soll auch wieder gelallt haben und, ja, sich komisch bewegt haben, gelallt und irgendwas gebrabbelt. Ja, und musste ins Röchern pusten, also über, nicht über, aber so an die zwei Promille. Also erinnert es stark an damals, als sie bei Das auf dem roten Sofa, so, genau, die Sendung hieß Das oder heißt Das, auf dem roten Sofa saß. Und da sitzen wirklich nur Leute von Rang und Namen, also wirklich bekanntere Leute, prominente Leute. Und Jenny Elvers ist durch die Heidekönigin, die sie ja war, damals prominent geworden. Dann war sie auch mehrfach im Fernsehen, hatte mehrfache, ja, auch Ehen oder Freundschaften, Liebschaften, hat einen Sohn und der auch immer wohl zu ihr gestanden hat. Und jetzt in ihrer Insta-Story, heute Abend, sie hat einen Fehler gemacht. Sie schrieb also nur einen Text, keine Story. Sie wurde also betrunken, sturzbetrunken, im Auto erwischt. Ich meine, fast zwei Promille ist sehr betrunken. Also manche können da gar nicht mehr stehen, geschweige denn Auto fahren. Sie geriet also wohl in eine Polizeikontrolle. Und jetzt hatte sie geschrieben, wenn eine Depression mega reinschlägt. Also sie meint wohl sich damit. Ich gehe davon aus. Und dass es trotzdem nett ist für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Sie hat wohl viele Zuschriften auch bekommen. Aber wie gesagt, mein Video damals ist durch die Decke gegangen. Ja, ich konnte mir einiges davon leisten. Da bin ich auch eigentlich stolz drauf. Aber ich bin nicht stolz darauf, dass Jenny Elvers betrunken war. Weil das wünscht man niemandem, so vorgeführt zu werden. Und sie wurde damals nicht aus der Sendung entlassen, sondern Bettina Tietjen hat das durchgezogen. Sie wusste das auch nicht. Als Moderatorin hat sie auch später gesagt. Und das glaube ich auch, es wusste keiner, außer der, der sie zurecht gemacht hat. Und er sagte, okay, wenn du jetzt ein bisschen drin hast, dann go. Jenny Elvers wollte das TV-Interview trotzdem machen. Sehr professionell, aber natürlich im Hinblick darauf, dass sie es durchziehen wollte. Ich denke, sie ist zäh. Ich denke, sie wird es auch schaffen, vom Alkohol wegzukommen. Was meint ihr? Kommentiert hier. Abonniert mich. Ich bleibe bei Jenny Elvers auf jeden Fall dran. Ich persönlich. Ich finde, sie ist eine reizende, kann man noch sagen, junge Frau. Also sie ist eine reizende Frau. Und ich mag sie. Irgendwie mag ich sie. Also sie hat irgendwas, was auf jeden Fall medial ist und nach außen eine Ausstrahlung, die in den Medien natürlich gewollt ist oder gefragt ist. Sie hat auf jeden Fall eine reizende Ausstrahlung, denke ich. Und ich hoffe natürlich für sie, dass sie vom Alkohol loskommt. Und ich hoffe, sie hat auf jeden Fall eine reizende Ausstrahlung.